und herzlich willkommen bei einer neuen folge starfield wir schauen mal rein was uns das etifakt hier bringt etifakt das neue artefakt meine ich das hat gut funktioniert vielleicht kann ich hier eine abkürzung nehmen hier waren forscher drin hier sind ganz viele forscher drin hier 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Falscher Knopf Bin ich jetzt echt beim Rauslaufen gestorben? Ich wollte doch einfach nur nach Hause Oh Mann Bitte was? Okay Das ist hart Oh echt jetzt Gucken wir uns das halt nochmal an Ich treff schon Unter den Kopf Aber viel hat er jetzt nicht gebracht Komm, geh jetzt da links hier Also das war jetzt ein bisschen unnötig Dass da jetzt hier sowas Ach, der explodiert Wir sortieren das Ganze jetzt nach Schaden wieder Und nehmen hier das frisierte Modifizierte Okay So und jetzt muss ich mal gucken Ich hab's ja gerade gelesen Das stand hier oben Sonstiges Masse Ich hab viel zu viel Masse dabei Z Wert Machen wir mal anders Gewicht Okay, ich muss sie doch da lassen Hier haben wir mal anders Ich hab mich jetzt nicht so viel weitergebracht Sollten wir vielleicht behalten Hier nach Wert Gewicht Ich hab mich nicht so viel Ich hab mich nicht so viel Ich hab mich nicht so viel Untertitelung des ZDF, 2020 So, langsam Ähm, ja Ähm, ja Nach Gewicht Nach Wert Okay Jetzt habe ich gerade noch was gesehen Nach Name Nach Schaden Hiervon Werden wir beide ablegen Ne, das war nicht Das wollte ich nicht Da wollte ich jetzt gleich drauf hinaus Das habe ich nämlich gerade erst verstanden Ähm So Dann bist du Favorit B Machen wir hier hin Dann bist du Der hier Brauche ich den überhaupt? Brauche ich gar nicht Den Legen wir ab So Dann bist du Der hier B Kampfmesser Ähm, ablegen Ablegen So Den Auf jeden Fall B Hier hin R 48 Wir kommen Wir kommen da Wir kriegen das hin Bin ich fest Und überzeugt So So Ah, guck mal Udi Dann nehmen wir jetzt hier die Alles klar Äh Nein Nein Haben wir nicht gemacht So Bis zum nächsten Mal So. Oh, komm hier. Das wird jetzt wohl nicht mehr gebraucht. Okay. Na, komm her. Mal gucken, ob ich jetzt... Ich bitte... Falscher Knopf. Ja, hier waren wir schon mal. Das tut mir ein bisschen leid. Ähm... Ja, guck mal. Jetzt kann er wesentlich länger sprinten, ne? So, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch eigentlich wirklich Wert auf das Wiedersehen... mit diesem komischen Roboter-Läger. Eigentlich ja weniger. Ja. 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 cool wenn man so einen Roboter also wenn der einfach folgen würde also als Freund einmal ein bisschen Luft holen Leute bevor ich gleich wieder sterbe so um wo da nochmal kurz rein guter Schalter dann nicht ich habe so ein bisschen Fiegel fühlt hinter mir hier 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 hallo Strafzyklus? Sprachzyklus? Sprachzyklus? ab ihm ab ihm so so bevor wir jetzt wieder sterben ich glaube das hat nicht gereicht Okay, ich weiß gar nicht, ob das jetzt Gegner waren oder ob ich jetzt einfach... Oh, meine Fak... So... Ja, dann würde ich sagen... Lass mir ein Abonnenten, lass mir ein Life da und dann bis nächstes... Ciao!